hallo und willkommen zurück hier zu control mit dem ralph und in der letzten folge haben wir ja haben wir doch recht viel geschafft wir haben diese nebenmission mit diesem kühlschrank überstanden haben den gereinigt und wollten eigentlich mit dem kerle hier dem längsten wieder labern aber während des gesprächs hat das game gemeint ich freeze mal hoffentlich tut es das jetzt nicht nochmal passiert er hat den kühlschrank dienst nie gemocht aber wenn sie hier sind wer beobachtet dann den kühlschrank niemand ich habe den kühlschrank repariert solche dinge repariert man doch nicht einfach was haben sie getan ich habe ihn berührt und war plötzlich in der astralebene da war dieses riesige ding es hatte ein großes auge und war feinselig die astralnauten haben von etwas berichtet auf das diese beschreibung passt die astralebene ist aber gewöhnlich über objekte der macht mit unserer welt verbunden nicht über gewandelte objekte wenn sich das ding mit gewandelten objekten verbindet ist es echt mächtig könnte sich wiederholen denken sie dieses ding hat philipp erwischt muss so sein das panopticon ist ein gefährlicher ort die agenten kennen das risiko aber dass sie einen draht zu gewandelten objekten haben könnten sie sich noch um einige andere kümmern die zischer sorgen überall für isolation slacks hier fangen sie damit an ich schaue mich um ob andere fehlen werden sie weg sind mein leben wurde gerade um einiges leichter ja klar machen wir wieder alles jo längstens ausreißer ja klar und jedes mal geben so einen fetten boss willst du umlaufen ich bin hier schauen wir uns das mal an ja das kann ich bin hier lampion ampel handschuhe gegen die briefe wo muss ich jetzt dafür hin erst mal fähigkeiten mehr energie scotty ich brauche energie ? oder? ooo ooo Wo ist denn was? Siegelnder Grenzbereich, Panoptikon, Krankenflügel, unzustellbare Briefe. Der Geschäftsleitung. Wo ist denn die Ampel? Denke mal, das ist oberes. Wo zum Geier soll hier eine Ampel sein? Hier fehlt eins. Da ist nichts. Da ist nichts. Wow, was war denn das? Du bist mein. Wo ist denn? Auf der Welt im Map. Oh. Okay. Okay. Jetzt sollte ich mal wissen, wo die Ampel ist. Au. Du Sausack. Du wirst nichts tun können. Du wirst nichts tun. Du wirst das mal auf. Ist die Ampel vielleicht hier oben? Der Schwan. Der Ballon. Der Wasserspender. Der Ballon. 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 Das ist ein Tannenbaum. Der Kinderwagen gesperrt. Die Archive waren wir noch nicht. Das ist ein Tannenbaum. Das ist ein Tannenbaum. Das ist ein Tannenbaum. Das ist ein Tannenbaum. Das ist ein Viech. Was sind wir denn hier? Irgendeine Fallakte. In diesem Vorschlag möchte ich auf das Problem der Installationslinie eingehen. Wenn ein gewandeltes Objekt in den Deltersauers kommt, untersuchen wir gründlich alle möglichen Kombinationen von Aktionen oder Wörtern oder Materialien, die verhindern, dass das Objekt seine gewandelten Effekte anwendet. Ich arbeite jeden Tag mit diesen Wesen und habe guten Grund anzunehmen, dass es eine weniger komplizierte Form der Installation gibt. Die Objekte gieren nach Aufmerksamkeit. Würden wir eine Reihe von initiieren, die die Objekte lobt oder vielleicht ihre Bilder in Stücke von einbaut, die in der Behörde besucht werden, könnten dann bin ich überzeugt, dass sich die gewandelten Objekte auch ohne oder ohne benehmen würden. Dadurch fühlen sie sich nur falsch behandelt. Wir können nicht überrascht sein, dass sie zu entkommen zu versuchen, wenn wir sie wie Verbrecher behandeln. Macht Sinn. Hm. Cool. 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 Was. Oh, das wird in der Kindergenschau. So creepy immer. Fernsehen! Schauen wir Esel im Allen! Das ist gefährlich! Aber stört den Kapitän! Eher! Du! Kann ich ihn mit einem Stock piegsen? Okay. Behördenregel 74. Sei immer misstrauisch bei Dingen, die eben noch nicht da waren. Was? Sieht ganz sicher aus. Esel im All! Warte, der ist nicht mal angeschlossen! Das ist immer so verstörend. Wtf? 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 das vierer damals vierer damals zweimal das 3er hatten beim zielen das lassen wir mal noch an nach kill ja genauigkeit brauche ich nicht meistens ähnlich die zelt so genau zu zielen ja ja schild kein schild ein bisschen gang dass ich schon den dritten und gut ab 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 Der Glatis neben mir explodet auch noch. Alter Verwalter, alter Schalterhosenfalter. Alter, alter Schalterhosenfalter. Alter, alter Schalterhosenfalter. Alter, alter Schalterhosenfalter. Alter, alter Schalterhosenfalter. Alter Schalterhosenfalter. Boah, dann killt euch gegenseitig. Boah, dann killt euch. Ja, lauf euch nur ruhig nochmal da rein in das Viech. Schade. Ich würde gerne wissen, wie man das Ding eigentlich wirklich platt macht. Okay. Also was wir hier noch so wirklich tun müssen, habe ich auch noch nicht ganz begriffen. Aber naja, vielleicht ist auch bloß so ein bisschen Bonusareal. Ja. Schöne Tür, ich gehe aber einfach nicht auf. Was haben wir hier? Na, der Briefkasten. Der Korb. Der Vinti. Der Schammel. Neue. Keine Ahnung, wo die Ampel ist. Ich glaube, das müsste ich googeln. Na gut. Lassen wir mal das vorläufig. Ähm. Ob das falsche Tauchte? Jedes Mal. Gucken wir lieber mal, wie es der geht. Das war eine Forschung. Aber wie es hier mit den Pilzen weitergeht sehen wir zur nächsten Folge und dieser Gedenke fürs Zusehen. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn ja, wisst ihr ja Liken, Subscriben und der Welt verteidigen. Wenn es noch nicht ganz genau habt, ihr nur Tests zu aktivieren, das YouTube Basis ja mehr von uns sehen wollt. Sollt ihr euch YouTube nicht benachrichtigen, was wann bei uns abgeht, habt ihr noch den Twitter-Account von den Destinären Followern drücken können und auf alle Fizienzeigen anstellen solltet. Oder solltet ihr iXSafe dann immer mitbekommen, wann wo was bei uns abgeht. Mit der Sicht bis zur nächsten Folge. Bis denn dann. Tschüss.